Hallo zu einem neuen Video von eMeise. Ja, das hier ist ein zweiter Teil zu einem anderen Video. Ich verlinke euch das Video hier oben. Und zwar ging es darum, dass ich einen Skandal ausgerufen habe. Und zwar, weil YouTube offensichtlich aus irgendwelchen Gründen Kommentare unter Videos löscht. Schaut euch das Video bitte an. Und aus meiner Sicht lohnt es sich auch absolut, die vielen, vielen Kommentare zu lesen, die ihr teilweise darunter geschrieben habt. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, wir sind dem Ganzen ein Stückchen näher gekommen. Der Lösung quasi des Problems. Ich möchte ein paar ganz kurze einleitende Worte verlieren. Und zwar, ja, der Titel des letzten Videos war ein kleines bisschen Clickbait oder Byte oder wie auch immer. Natürlich, solche Titel, die ziehen etwas mehr. Ich hoffe, wer das Video sich ganz angeschaut hat, der versteht, dass ich nicht vermutet habe, dass irgendeine böse Verschwörung oder sowas gegen mich läuft. Und bitte, liebe Leute, ich bin vielleicht ein Gutmensch, wie so mancher von euch das ausdrücken würde. Und zwar im negativen Sinne aus eurer Sicht. Aber ich glaube nicht, dass ich jemand bin, der irgendwie Zensur oder irgendetwas jemals gut geheißen hat. Solche Anschuldigungen sind eine dreiste Unverschämtheit und wurden dann tatsächlich dieses Mal von mir gelöscht. Und irgendwelches rechtes Palabra sowieso nicht auf diesem Kanal. Und keine Beschimpfungen. Vielen Dank. Trotzdem, es geht ja um das Löschen von Kommentaren, die offensichtlich irgendwie automatisch passiert. Zumindest habe auch ich nie vermutet, auch das sollte in dem Video klar geworden sein, dass da irgendein böser Mensch hinter mir her ist. Natürlich im ersten Moment, wenn einzelne Kommentare verschwinden, dann denkt man das erst mal, dass vielleicht da jemand gehackt hat oder sowas. Aber ich denke, das ist im ersten Video schon klar geworden, dass ich das schon ausschließen konnte. Dass also da niemand persönlich dahinter steckt, der also jetzt gezielt in unserem Kanal rumwühlt und Kommentare löscht. Ich denke auch, dass das insofern schon bewiesen ist, als dass sich das Kommentar, um das es ja hauptsächlich gegangen ist, von Gabor Reiter, das Kommentar kommt später übrigens nochmal im vollen Text, dass also dieses Kommentar gelöscht wurde. Und ich habe es aber nochmal auf einem anderen YouTube-Kanal von mir selbst gepostet. Und wieder ist das Ganze gelöscht worden. Und übrigens gab es jetzt doch einige Rückmeldungen von anderen YouTubern, die Ähnliches beobachtet haben, dass eben Kommentare einfach verschwinden und niemand so richtig genau weiß, warum, weil es teilweise Kommentare sind, die nicht sehr politisch sind. Beziehungsweise bedarf es natürlich nicht nur politischer Kommentare, um gelöscht zu werden. Aber eben, man findet in diesen gelöschten Kommentaren oft nichts, wo man sich vorstellen kann, dass YouTube was dagegen haben könnte. Ich denke, aus dem ganzen Input, den ihr geliefert habt, habe ich für mich tatsächlich so eine Theorie zusammengesponnen. Da bin ich euch wirklich dankbar dafür. Das hat sich so ein bisschen verfestigt. Es scheint tatsächlich irgendwas mit irgendeiner künstlichen Intelligenz oder irgendeinem Algorithmus zu tun zu haben, den YouTube über Kommentare drüber laufen lässt und da wohl irgendwelche Sachen herausliest und dann diese Kommentare löscht. Was dieser Algorithmus jedoch sucht, ist mir nach wie vor völlig schleierhaft. Ihr werdet es im Laufe des Videos noch sehen. Ich kann euch in der Zwischenzeit genau den Teil in Gabor's Kommentar identifizieren, der zur Löschung geführt hat, des Kommentars. Ich sage euch gleich, warum. Warum ich das sagen kann, aber warum das gelöscht wurde, habe ich absolut noch nicht verstanden. Nach wie vor ärgert mich dieses Löschen, das YouTube hier automatisch vornimmt, kolossal. Viele von euch haben gemutmaßt, und das finde ich eine gute Theorie, dass das Ganze mit diesem Paragraf 13 da zu tun hat, also was da jetzt kommt, dieses Urheberschutzrecht, dass also Betreiberplattformen wie YouTube sehr gut aufpassen müssen, was auf ihrer Plattform veröffentlicht wird, ob das irgendwelche Urheberrechte oder andere juristischen Dinge verletzt, weil sie da nämlich selbst haftbar gemacht werden können. Also YouTube selbst könnte haftbar gemacht werden, wenn ich hier auf meinem Kanal irgendeinen juristischen Bock schieße. Und das versucht natürlich eine Plattform wie YouTube zu umgehen. Und die können ja nicht die ganzen Millionen oder sogar Milliarden von Kommentaren und Videos und, und, und wirklich anschauen. Und da bräuchten die ja eine Riesenmannschaft, um das alles rauszusuchen und zu korrigieren. Und dann wären wir natürlich auch wieder irgendwo in dem Bereich von Zensur, weil was ist jetzt korrekt und was ist nicht korrekt, das müssten ja alles Juristen sein, die da sitzen. Also entwickelt man wahrscheinlich irgendwelche Algorithmen, um so etwas rauszufiltern. So könnte ich mir das zumindest vorstellen. Und so könnte ich das ja grundsätzlich auch akzeptieren, dass so ein Algorithmus vielleicht erst mal lernen muss und in den nächsten Jahren einfach besser werden muss. Das wäre alles in Ordnung. Was mich wirklich kolossal ärgert ist, dass die Kommentare einfach gelöscht werden. Ich fände es deshalb deutlich besser, wenn die einfach in diesen Spam-Ordner zum Beispiel verschoben werden würden oder als zur Überprüfung anstehend verschoben werden würden und mir als Betreiber des Kanals wenigstens die Möglichkeit gegeben würde, diese Kommentare zu überprüfen und wenn sie nun wirklich fälschlicherweise vom Algorithmus rausgefiltert wurden, sie dann vielleicht wieder zu posten oder zumindest irgendwie mit einem Kommentar oder etwas Ähnlichem zu versehen und dann wieder quasi öffentlich zu machen. Das fände ich persönlich besser. Natürlich würde das das juristische Problem für YouTube nicht lösen, aber wenn es so läuft wie jetzt, dann kriegt das Ganze natürlich schon ganz schön so einen Zensurstempel. Also, was haben wir gemacht? Oder ja, was hat Gabor dankenswerterweise gemacht? Das, was viele von euch vorgeschlagen haben. Gabor ist nochmal hingegangen und hat seinen Kommentar von damals in drei Teile aufgeteilt und ihn einfach nochmal in drei Teilen unter das letzte Video drunter gepostet. Ihr findet, wenn ihr in den Kommentaren sucht, tatsächlich noch zwei Teile. Die sind unberührt geblieben. Der mittlere, der zweite Teil, der wurde tatsächlich wieder nach diesen berühmten, keine Ahnung, zwei, drei, vier Stunden, einfach wieder kommentarlos gelöscht. Und somit konnten wir also identifizieren, welcher Textteil es war, den der Algorithmus von YouTube wohl jetzt zum wiederholtesten Male. Also, ich glaube, wir haben insgesamt nun diesen Kommentar vier oder fünf Mal gepostet unter verschiedensten Videos und in verschiedensten Zusammenhängen, auch unter meinem Namen und so weiter. Und jedes Mal wurde es wieder gelöscht oder wurde der Kommentar gelöscht. Und jetzt wissen wir also, der mittlere Teil, den Gabor da genommen hat, der scheint den Algorithmus so zu ärgern, dass der Kommentar dann eben gelöscht wird. Ich werde euch gleich mal den gesamten Kommentar von Gabor vorlesen und dann eben hervorheben, welcher Teil wohl offensichtlich der kritische war. Ich versuche das auch mal hier noch mit einzublenden. Ihr müsst ja sowieso nicht die ganze Zeit mein Gesicht anschauen, sondern könnt ihr vielleicht sogar mitlesen und schauen. Wir könnten das Ganze jetzt noch verfeinern und könnten diesen gelöschten Teil quasi nochmal Satz für Satz posten, um dann rauszufinden, welche Worte es sind oder was jetzt da irgendwie Probleme macht, ob es irgendwelche falsch verstandenen Anglizismen oder weiß ich was sind. Also, ihr werdet sehen, genau dieser Teil, der gelöscht wurde, da sind irgendwie nicht so wirklich die Schlagworte drin, die man erwarten würde, dass ein Algorithmus sie erkennt. Nochmal kurz vorneweg, dieser Kommentar, der war natürlich auf ein Video von uns gemünzt. Da ging es wieder um Dieselskandal und solche Dinge. Also, das ist natürlich jetzt total aus dem Zusammenhang gerissen. Aber nichtsdestotrotz, das ist dieser Kommentar, der mehrfach nun gelöscht wurde. Ich lese euch das jetzt einfach mal vor. Und zwar kommt jetzt als allererstes der erste Teil, den Gabor gepostet hat. Ich zitiere Gabor. Das war Teil 1, der wurde nicht gelöscht. Ich finde, inhaltlich völlig in Ordnung, aber durchaus sehr, sehr kritisch. Da hätte ich jetzt eher erwartet, dass ein Algorithmus anspringt bei Kombinationen wie Volk, richtig, falsch, Opportunismus, Politiker, Aufsichtsrat. Naja, das wären so Stichworte gewesen, wo ich gedacht hätte. Aber dieser Teil ist stehen geblieben. Jetzt kommt der Abschnitt, der offensichtlich zum Löschen des Kommentars geführt hat und der als Einzelabschnitt gepostet wieder gelöscht wurde. Mein Vorschlag, Doppelpunkt. Erstens, Ministerposten müssen jeweils mit Fachleuten besetzt werden. Also ein Gesundheitsminister sollte schon Medizin studiert und ein paar Jahre im echten Leben praktiziert haben. Zweitens, höhere Gehälter für Politiker, damit die Versuchung nicht so groß wird. Kann nicht sein, dass die Kanzlerin 22.000 im Monat verdient und manche Manager Millionen. Drittens, maximal zwei Legislaturperioden, Klammer auf, wie in den USA, Klammer zu. So, das war offensichtlich der Teil, der den Algorithmus auf den Plan gerufen hat. Ich zitiere jetzt den Kommentar noch zu Ende. Viertens, also jetzt kommt wieder ein Teil, der nicht gelöscht wurde. Viertens, größere Mitbestimmung der Bürger bei einzelnen Gesetzen. Klammer auf, siehe Schweiz, Klammer zu. Was wir in Deutschland zurzeit haben, ist nur eine Scheindemokratie. Einmal in vier Jahren zwei Kreuze reichen nicht aus, um mitzubestimmen. Fünftens, generelles Berufsverbot für Politiker nach ihrer politischen Karriere, quasi Staatsdiener fürs Leben. Das verhindert die Klügelei mit der Wirtschaft im Vorfeld, um nachher einen lukrativen Aufsichtsratposten zu erhalten. Gibt noch einiges, erst mal das zu verdauen. Punkt, Punkt, Punkt. Und ein kleines Smiley dahinter. Ja, auch dieser zweite Teil ist ja inhaltlich deutlich kontroverser und kritischer als dieser Mittelteil, der gelöscht wurde. Also, was da einen Algorithmus anwirft, einen Löschalgorithmus, ist mir absolut unverständlich. Aber, ich denke, eins, ich bitte euch jetzt um eines, bitte diskutiert jetzt nicht den Kommentar, den Gabor da geschrieben hat, weil das ist jetzt wirklich völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist jetzt, hat also hier nicht zu suchen, sondern es geht mir darum, was sind die Worte, was sind die Zusammenhänge und die Fakten, die offensichtlich eine Löschung eines solchen Kommentars hervorrufen. Ja, die Diskussion ist quasi wieder eröffnet. Bitte nicht über das Kommentar, über den Kommentar. Grammatikalisch sollte man schon korrekt sein. Ich möchte es eigentlich dabei bewenden lassen. Ich habe es der Vollständigkeit halber jetzt nochmal gebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich wirklich lohnt, das jetzt eins zu eins weiterzumachen. Ich meine, es zerstört natürlich auch den Lesefluss unter den Videos, wenn wir jetzt nochmal Satz für Satz hier herausklauben und posten und dann warten, ob es wieder gelöscht wird und so weiter. Ich meine, die Videos werden ja vielleicht auch noch in ein paar Wochen geschaut und irgendjemand interessiert sich dafür, was ihr darunter geschrieben habt und will das lesen und dann kommen da aus dem Zusammenhang gerissene Kommentare. Aber deswegen habe ich dieses Video jetzt nochmal gemacht, einfach zur Vervollständigung des ersten Teiles. Ich hoffe, dass ich damit ein bisschen näher rankomme an, ich sage jetzt mal, die Aufklärung dieses Skandals, wie ich es ja genannt habe. Für mich ist es, wie gesagt, deshalb ein Skandal, weil ich als Kanalbetreiber so überhaupt keine Chance habe, auf dieses Löschen Einfluss zu nehmen. Aber ich fürchte in diesen ganzen Wirrungen um diesen Urheberrechtsparagrafen, der jetzt da kommt, oder ich glaube, es hat ja nicht nur mit Urheberrecht zu tun. Ich glaube, dass da noch vieles auf uns zukommen wird im Internet und das ist jetzt wahrscheinlich ein Auswuchs, sage ich mal, der YouTube ein bisschen weniger bunt macht, ein bisschen schwieriger macht, weil wenn ich mir jetzt genau diesen Mittelteil anschaue, dann ist genau dieser Teil überhaupt nicht kritisch oder schwierig. Im Gegenteil, also wer jetzt da wieder an die große Staatsverschwörung glaubt, genau in diesem Teil sagt Gabor ja, die Bundeskanzlerin dürfte noch viel, viel mehr verdienen als das, was sie jetzt im Monat verdient. Also das kann ja nicht gegen den Sinn einer möglichen Staatsverschwörung sein. Also an die glaube ich auch nicht. Ich glaube tatsächlich in der Zwischenzeit, es ist so ein fehlgeleiteter, amoklaufender Algorithmus, so eine Art künstliche Intelligenz oder was auch immer, was da für Ordnung sorgen soll und das geht halt in diesem Fall aus meiner Sicht komplett schief. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euer Interesse daran. Es wird weitere Themen zur Elektromobilität geben natürlich. Der E-Golf ist noch nicht ganz verkauft. Ich verhandle mit verschiedenen Interessenten. Das Model 3 ist noch lange nicht am Horizont. Irgendwie weiß Tesla gerade nicht, wo das Auto sein könnte, ob es schon gebaut ist, ob es schon auf dem Schiff ist. Vielleicht werde ich überrascht und es ist in den nächsten drei Wochen tatsächlich hier, so wie es mal ursprünglich angekündigt war. Ich halte euch auf dem Laufenden. Danke fürs Zuschauen. Gebt uns einen Daumen nach oben. Drückt den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Video.